Guck mal, guck mal! Juuu! Ach du Scheisse! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 komm jetzt fahr mal über den Stock geil, voll rutschig ich folge dir unauffällig fahr jetzt mach mal erster Gang rein mach ersten Gang rein schön untertourig und hinten hocken da ist so ein Trug hinten drauf komm ab mach das mit der Huffeis Kamera alter und Lachse alter, nächster Erzberg oder was? ja nächster Erzberg war nicht schlecht 50 YouTube Zuschauer so ein bisschen so ein bisschen von links dass du links in die Wand rein fährst dass du nicht spitz hoch fährst sonst hast du unten so ein Eck ok geil alter gib unten ein bisschen mehr Gas dass du nicht immer so auf die letzte Rille hocheierst wow wow ein Jahr nehmen wir fahr da muss das чик hat das wirklich hat kann das so wie das cool und ich so was lustloses habe ich ja noch nie gesehen hey wer bin ich oh nee es ging nicht da zahlt sich das fitnessstudio jedes jahr einmal aus oder oh siehe da Ja, ja. Copy-paste oder was? Scheiße, jetzt haben wir mit unseren Enduros schon wieder den Wald kaputt gemacht. Warte an! Oh, Mann. Seht ihr, was er mit seinen Reifen macht? Er macht hier alles kaputt. Hey, Junge, mach dir alles kaputt! Also, was mich ja wirklich ankotzt an unserem Sport ist, wenn wir mit unseren Motorrädern die Umwelt kaputt machen. Also, so eine Reifenspur, Wahnsinn, wie den Wald beschädigt. Das ist unfassbar. Echt heftig. Ich habe es auch noch nicht erlebt. geil das ist auch nicht so zu Plastiker nö, komisch hör mal die Karriere mal aus ja das geht schon, lass warte wie kann es mit einem Handschuh ausziehen? 3,5,5,5 hier, komm für euch ja mit Rampe schau doch mal oh alter geil ja 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 geil geil diese Schmerzen und du 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 Ich glaube, ich schmeiße einfach runter. Das ist scharf, Leute. Quasi so nett, genau. Lenk ein, Lenk ein, Lenk ein. Warum? Willst du hier runter oder was? Okay. Jetzt hast du den Punkt schon verpasst. Jetzt muss ich geradeaus. Alter, ne? Nächster Erzberg, oder? Alter! Alter! Geil! Richtig geil, ey! Let's go, Mike! Du fährst ja gerade. Wenn es einen Berg hoch geht, du darfst nicht diesen Moment haben, wo du beschleunigst. Es muss in einem so... Okay? Da. Ganz sachte, das braucht kein Gas. Schön tief. Viel Druck auf die Raster. Druck? Hier? Wo ist der Druck? Da ist kein Druck, Alter. Seh ich von hier, dass da kein Druck drauf ist. Jetzt, Alter, ich hab nicht so viel und nicht ohne den Speicherplatz. Jaaaa! Jaaaa! Jaaa! Keil! Richtig gut, ey! Ja, hab ich doch gesagt. Ich sterben werde heute, ja. Nee, das ist einfach nur, wenn du das einmal richtig machst. Du musst halt richtig auf dem Motorrad stehen. Mehr ist nicht. Ich dachte, hier oben wäre ein Weg. Ja, gehts noch. Über den Baumstamm. Du kannst das nicht nur noch mehr nerven. Oh, Mann! Oh, Mann! Nein! Uff! 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 Uff!